Guten Tag meine sehr verehrten Fluggäste, mein Name ist Martin Lenz und Ihr Co-Pilot heißt Ringfrei. Wir sind heute Ihre Piloten. Ich freue mich, Sie im Namen der gesamten Crew hier bei uns an Bord von JETEC begrüßen zu dürfen. Wir haben bereits Startfreigaben und wie Sie sicher schon gemerkt haben, befinden wir uns auch bereits schon in der Startphase. Wir bitten Sie daher, wenn Sie in eine hohe aufrechte Sitzposition zu begeben und Sie sich festzuhalten. Die Turinen sind gestartet und wir gehen und gehen die Startseglätze. Genießt Sie den Flug mit JETEC, wir ergeben nun Vollschuld. ... Und Jetzt ist es nach oben, los! Alles klar, jetzt ist Schluss benustig, jetzt geht's erstmal richtig los! Wind ihn auf, ja, maximale Koma, los! Hey, danke! Danke! Chut! Danke! Oh, mein Gott! Ab nach oben mit euch. 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 Ab nach oben mit euch.